ich gratuliere ganz herzlich zu der heutigen grundsteinlegung vom house of one ein großer mainstein wird heute erreicht und ihr könnt auf das zurückblicken froh zurückblicken was ihr schon erreicht habt nun werden viele weitere steine folgen bis der bau komplett fertiggestellt ist und die menschen aus berlin und aus deutschland und aus der ganzen welt wahrscheinlich kommen werden um zu sehen was ihr dort alles anbietet und was man dort erleben kann als projektpartnerin vom drei religionen kitahaus kann ich sehr gut nachempfinden was es bedeutet an dem ziel an der vision festzuhalten und ihr habt das gut vorgeführt und gezeigt dass man im miteinander immer weiter gehen kann und deswegen feiert ihr heute die grundsteinlegung dafür nochmal alles gute weitere gutes gelingen und euch viel erfolg iman andrea raimann vom deutschen muslimischen zentrum berlin